Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy Man wir haben im letzten Part mit Welt 2 angefangen oder ne das war ein paar davor ist schon etwas länger her für mich wieder aber hab wieder grad Bock auf das Spiel will bisher aufnehmen und jetzt schauen wir mal ob ich jetzt hier in der Brüsselbrock-Galaxy ich hab das Bildformat geändert also Rollo Dillo auf Kollisionsgruß mal schauen ob das jetzt 16 zu 9 ist ich hab jetzt 16 zu 9 eingestellt in der Aufnahme sieht es aber aus wie ein sehr sehr zusammengedrücktes 16 zu 9 also 16 zu 9 zusammengedrückt auf 4 zu 3 und bin mal gespannt ob ich das durch halt hier skalieren in einem richtigen Bildformat hinbekommen wenn nicht dann wenn die folgenden Parts halt wieder wieder vor 4 zu 3 äh ja und hier müssen wir irgendwie wohl da rankommen ne das ist das wie müssen wir da machen es war keiner der Meinung dass dieses Ding kaputt zu kriegen ist ich kann nicht glauben dass der Kapitän mir das aufgetragen hat harte Arbeit interessant gibt's hier hinten irgendwas ein der tot cool naja ähm was müssen wir machen achso ich vermute mal die Gegner bis eben stimmt da war was da war was da war ja was geräusche und da bekommen wir das neue Item und zwar den Steinpilz das wird hier nochmal demonstriert Oh, das ist so Felsen, Mario. Schüttle die Weave-Erbedingung, um über deine Gegner zu rollen. Wow! Oh mein Gott! Puff! Und das Geländer kann man auch kaputt machen. Sollte man aber nicht. Puh. Oh, ja. Und hast du die Sternen-Münze? Komm her. Oh, das ist eine Spiegelung. Cool. Schild, rede mit mir. Du kannst die Ausrichtung der Kamera mit... Ja, wirklich? Nein. Oh, oh, oh! Ich glaube, bei Mario Galaxy 1 gab es das auch schon mal. Zu einer Stelle. Ja. Und der macht die einfach weiter. Kann ich? Kann ich? Ich glaube, da war irgendwas, oder? Ja. Der Tod! Äh, ja. Okay, das habe ich nicht erwartet, aber hey. Oh, das... Jetzt weiß ich, wie ich den Partner endel. Das weiß ich jetzt schon. Wenn der nicht irgendwie heißt, der Steinpilz... Die Leute werden jetzt nach unten schauen und sehen, ha, da ist der Steinpilz oder so. Dann, äh... Die Leute. Die Leute! Alle, die hier zuschauen, die ganzen Leute. Schau es nach unten und dann sehen sie es. Schockierend. Oh, ich erinnere mich an eine Bonusmission, aber ich weiß nicht, ob die was mit Geld zu tun hatte. Die kaputt! Der war irgendwo eine Röhre. Ja, wenn der Part nicht heißt, äh, Steinpilz oder so, Felsen Mario, dann wird er vermutlich heißen, äh... Der Tod! Hahaha! Bam! Strike! 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 Äh, und jetzt, jetzt machen wir hier... Weiii! So, als treuern wir hier alles leer. Bam, 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 bam. Pils ist es relativ spaßig, wenn wir uns schon... Wenn wir zu dem Ding hier und können alles kaputt bummsen. Oh, Gott, das ist, das ist, das macht schon... Boah, ich hab grad, ich hab grad ne... Hab ich grad, ja. Ziemlich super. Boah, das sch... Boah, das sch... Boah, äh, Felsen, Pilz, weil, äh, Steinpilz. Steinpilz, Felsen, Mario, alles klar. Peng. Ich glaub, hier muss man auch, ja, natürlich, der Typ... Wow, das war genau so gut, gut-timed. Gut-timed hab ich das. Bam. Oh, Felsen, Mario, ist ziemlich super. Na, Kamera, Kamera, Kamera. Na. Ich will sehen, was da drin ist. Na, Sterne, alle, Sterne, alle, Sterne, alle. Guck mal, schon fast 100. Oh, Mann, ey. Oh, heute Abend ist die Smash Bros. Direct, die letzte. Uhuhuhu. Könnt mir grad wieder eines, vergess ich die ganze Zeit. Was, was willst du? Wenn es knapp wird, schieß einfach ein Sternteil auf die schimmernden Punkte am Boden. Eine Münze wird erscheinen, die deine Lebenskraft wieder auffüllt. Ha, so einen Schwachsinn brauch ich doch nicht. Hier war irgendwo eine Röhre, glaub ich. Ui. Oh. Hm. 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 Werde ihn drehst du. Moment, ich rolle jetzt mal, ich rolle jetzt mal hier so... Ey. Nein. Nein. Da ist ne Röhre. Siehste? Oder ist weg der Tod? Oh, ne Röhre. Geil. Hm. Nein. Ich wollte da... Rein, Mann. Schnell weg da. 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 Fuck, wo war jetzt nochmal die Röhre? Ah. Orientierung auf so einem runden Planet. Ne, ist nicht einfach. Da, da, da. Rein da. Bäm. Oh, Minigame. Oh, das ist für den Steinpilz. Guck, Moment. Steinpilz, Steinpilz, Steinpilz. Wo war der nochmal? Tot. Also gleich. So, demonstriere ich mal kurz. Puff. Geld. Es werde Geld. Und es wurde Geld. Na, Röhre. Komm, komm. Ab in die Röhre. So. Jetzt, jetzt machen wir wieder Bowling. Und einmal durch. Bäm, 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 bäm. Wunderbar. Woi. Mann, ey. Na komm, stell da hinten das ganze Geld. Nimm mir noch das Leben. Ja, nehm mir dir, so leh, so nehm mir dir doch das Leben. Äh. Haben fast. Der, der chillt da oben auch cool rum, ne? Jetzt hat gerade noch ein Sternhärchen verschossen. Mann, war das Verschwendung. Tatsächlich habe ich früher echt ungerne diese Dinger verschossen, weil das war echt, das war Gold, ne? Wird Gold in meinen Augen. Jetzt kommt anscheinend, ah ja, ich weiß. Ich weiß, welcher Boss kommt. Oh. Der, der hat einen super, der sieht super aus. Der hat so einen komischen Shader oder was. Keine Ahnung. Ich kenn mich doch mit dem Scheiß nicht aus. Da, der. Seht ihr? Der sieht so, der, der, der ist, der besteht aus so Platten. Das sieht richtig geil aus. Den haben sie nicht ge... Geh, hier, wie heißt das, ähm... Der ist noch flat. Flache. Und nicht, nicht, nicht hier. Wie ist es? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Jetzt fragt mich doch nicht immer. Oh, ey. Oh, ey. Mann, ey. Oh, Gott. Oh, ey. Oh, Mann, ey. Lass mich doch mal weg hier. Ja. Ja. Gott. Fertig. Jetzt fertig. Komm. Nein, scheiße. Nein, nein, nein. Oh, Kameramann. Oh. Ich drück's da nach rechts und er rollt weiter nach links. Weil Planet und so shit. Mann. Super. Ja. Gott. Gib mir eine Münze. Nein. So, komm jetzt. Get hot. Okay. Wie viele Leben haben wir noch? Wie viele Leben haben wir noch? Kann ich... Ja, ich kann überspringen. Wie viele Leben haben wir noch? Oh, nein, 1000! What, 9000? Das ist eine Werte, die kann ich nicht wahrnehmen. Komm schon. Das ist eine Werte, die kann ich nicht wahrnehmen. Äh. In den Arsch. Yo. Niemals. Nebbi. You will never get my ass. So, komm. Und. Geboomst. So. Komm schon. Was hat mit dem Arsch? Das passt doch, das passt doch. Das passt doch. Das passt nicht, das passt nicht. Man kann halt nicht abbrechen bei diesem Felsen-Spaß. Spaß, 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 Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Miep, 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 miep. Oh. Ich, ich drück nach rechts. Guck mal, jetzt drück ich nach rechts, jetzt drück ich nach links, jetzt drück ich nach rechts. Jetzt geht's auf einmal. Mann, das ist ja. Oh Gott. Ich hab die ganze Zeit nach links gedrückt. So, jetzt kommen wir hier. Ah. Komm. Ah Gott, ich hab Angst. Komm nochmal zurück. Oh, hier. Oh, 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 oh. Oh, nee, den Arsch. Bums. Wart nochmal. Oh, nö. Oh. Komm, krieg's mich nicht, haha. So, und jetzt. Bäm. So. Den haben wir bedient. Poff. Hat für diese Mission zehn Minuten gebraucht, Mann. Ist doch eigentlich nicht cool hier. Na. Aber ich weiß, was wir im letzten Part gemacht haben. Wir haben den Wanderhaufen gemacht, weil den Part hab ich vor einer Sekunde hochgeladen, äh. Natürlich jetzt 20 Minuten, aber. Das ist, das kommt ziemlich, geht ziemlich einher. Mit einer Sekunde. Hörtlich fällt mir dieses, der hessende Bildformat gar nicht mehr so auf. Weil ich hab das so richtig schön verzerrt, aber. Das hab ich, vielleicht liegt's daran, dass ich so schlecht spiele. Vermutlich, ja, 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 das wird's sein. Oh, du hast einen, äh, Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es drauf. Ganz unter uns. Ich frage mich ernsthaft dafür, wie ich diesen ganzen Kampel hier sammeln. Tatsächlich hab ich mich das auch immer gefragt. Und Antwort. Damit's schön aussieht. Einfach nur, damit's schön aussieht, ne. Das braucht man echt nie. Also, das ist echt so einfach nur, hey. Wir sind ganz stolz darauf, dass wir das eingebaut haben. Und, damit du immer an die schönen Zeiten mit den Items erinnert wirst. Moment, ich mach das grad, ich mochte das eben so. Wee, wee, wee. So. Dann gibt's nichts mehr. Okay. Dann weidest du dem da. Wie viel will er? Ja, komm, haben wir. Haben wir. Das kriegste. Kriegste voll aus Brot geschmiert, Mann. Oh, ein Gourmet-Luber ist an Bord. Und du solltest besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Ja, Sorge. Hallo. Na, 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 na. Hey, du Kumpel. Hast du ein paar Sternteile für mich? Na, 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 na. Du hast so ohne Sternteile gemäß den Wunder. Da verwandle ich mich, Alter. Wow. Ja, gib's mir. Fert in die Fresse. Oh, wunderbar. Ich bin so fett, so voll geil. Na gut, dann wollen wir mal. Ah, Verwandelung. Ah. Oh, scheiße. Hab ich in Wasserflaschplatz rumstehen? Da hinten steht die Biss. Ah, da ist noch was drin. Mmm. Eine neue Galaxie ist auferstanden. Auferstanden. Und wo wir da jetzt hingehen? Uni-Blüten-Galaxie. Nein, wir gehen jetzt erst noch. So eine Sinkflug- Sinkflug-Galaxie. Oh, Erinnerung. Die hab ich, glaub ich, mal gespielt, als es dunkel war. Tokugleiter im Urwaldparadies. Ja, die war super. Scheiße. Ich muss was trinken. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Boah, das ist doch schrecklich. Ich soll sowas nie wieder machen. Ha, 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 ha. Ah. Hallo. Der da, der Tokugleiter. Da. Er ist nicht gerade der beste Flieger und dazu auch noch schüchtern. So schüchtern. Aber egal, zu verstehen, dass er dich mag. Vielleicht nimmt er dich auf einen Gleitflug mit. Mach schon, mach schon. Ich erkläre dir den Gleitflug. Bist du mutig genug, dich an den Tokugleiter zu hängen? Am Boden bleiben. Ich möchte erst noch mit ihm sprechen. Wie schade, so schade. Komm doch einfach ein anderes Mal wieder fliegen. Macht Spaß, Spaß. Oh, mein Hals ist gerade so weh. So zähle ich. Ist der Hit? Der Hit? Ja, ja, der Tokugleiter. Alles klar. Der ist scheiße und voll schüchtern. So schüchtern. Oh Gott, mein Hals. Ah. Ah. Das hat mich gerade getötet. Ich will fliegen. Wow. Gleitflug. Im Gleitflug. Ist ja gut, schon gut. Ich zeige dir, wie du dich vertragen lässt. Ah, ich werde... Bitte wagt, recht. Ich muss eben sein. Eben. Eben, Mann. Eben. Genau, genau. Das ist die Startposition. Von der F und von der Staffel, der links, da müssen die Färbel auch nach links drehen. Rollen. Rollen muss sie die, Mann. Ja, geil. Ja, jetzt nach links, nach links, nach links. Weiter. Geil, ja. Sagen Sie nach unten fallen Siegflug. Nicht so Kilometer sein, kriegst du in den Boden. Oh. Ab zu drosseln nach oben, nach oben. Aufrichten. Auf, auf, Mann. Jetzt zeige ich natürlich den großen Sonnenkrampf hinter den Wald. Dann bist du im Ziel. Das ist das Ziel. Aber das wird nicht einfach. Nicht einfach. Bäh. Ja, oh Gott. Guck mal, da haben wir ganz viele Sternteile. Haben die nicht irgendwas gebracht? Ach, diese Sonden, diese kleinen Grenzen. Ach doch, die öffnen am Ende so eine Tür und in der Tür ist dann die Sternenmünze. Boah, schön. Schön. Ich mag es auch. Nein, mag ich nicht. Das ist, das sieht ein bisschen scheiße aus eigentlich. Dieses. Hier war irgendwo, ja, da auf dem Stamm. Dieses Rot, wenn, in der Nähe von Objekten, mit denen du kollidieren kannst. Ist nicht schön. Was, ist jetzt links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Boah, wunderschön. Will ich da rüberfliegen? Da. Da. Und tot. Hehe. Okay. Aufenkundig nicht. So, los, komm. Los, los. Speed. Wow. 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 Komm mal. Physik. Wow. Wow. Und. Uui. 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 Das ist ein Vogel. Wieso kann der eigentlich nicht? So ist ja Gleitflug. Oh, guck, 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 guck. Oh, da. Uh, 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 uh. Dann werden wir wieder hoch. Dann werden wir noch runter und hoch. Und runter und hoch. Und runter und hoch. So hoch. So high that you die, Mann. Wow. Spaßig. Und runter und wieder hoch. Ganz unten ist auch noch ein Weg. Egal. Jetzt gehen wir aber links dran. Links gehen wir mal an. Und nach unten. Wow. Und wieder hoch. Dann nach unten. Und wieder hoch. Und runter und hoch. Und jetzt kommt hier voll die krasse Challenge-Scheiße. Mann, ey. Und jetzt nach unten. Und, 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 und. Yo. Fünf. Und dann geht da hinten. Ist auf. Und dann kannst du die Sterne so. Und dann bist du im Ziel, Mann. Im Ziel bist du. Geil. Du bist geflogen. Du bist geflogen. spaßigen spaßigen krassen scheiße in den verabschieden eindeutig gibt's gibt's ja nicht viel daran zu ändern verabschiedet mich für diesen Parley Hobbs hat euch gefallen wenn ja dann hey freue mich wenn nein dann hey das ist das Problem tschüss